Ich bin zusammengeklappt. Oh, da könnte ich eigentlich mal gucken. Wegen Subway-Subway. Wir haben noch Scheine von Subway-Eckon, die noch möglich sind. Weil da kommt man ja morgen, wenn ich sowieso zur Post muss. Da könnte man ja mal was holen, ne? So, haben wir alles. Eine Piste und da haben wir den Edelstein, endlich. Nein, nicht ich, meine Haare. Also, die sind auch nicht so alt, die sind so lang. So, ich gönne mir noch mal was von meinem Getränk. Die Frage ist nur, ach so. Man könnte das ja jetzt so und so sehen. Hm. So, hier haben wir jetzt, glaube ich, alles. Abse-Krieg haben wir schon. The Lost City auch. Temple Runes auch. Road to Nowhere. Da können wir zum Glück sterben, wie wir wollen. Wäre komisch, wenn deine Haare älter werden als du. Das stimmt. So, hier kann man noch nicht nach hinten. Danger, Danger. Ach, ich freue mich schon auf die Zeit. Oh mein Gott. Mit der Oberwahnsinn, bitte. Natürlich will ich hier auch Gold holen. Was haben die das leicht nicht zu... Fuba-Fla... Was? Was? Hä? Abse-Krieg. Boah, was schreckt der... Rick da. Mit seinem eigenen Emoji. Das war wunderschön. Das war gerade wunderschön. Hört man eigentlich das Rascheln im Hintergrund? Jetzt gerade nicht, aber vorhin. Habe ich das jetzt verkackt? Nein, eigentlich ja nicht. Ich habe ja noch eine Maske. Die hat mir höchstwahrscheinlich mein Leben gerettet. Okay, das ist schön. Habe ich hier jetzt alles? Ich habe das ja nicht so gelöst, wie es eigentlich geplant war. Na, egal. Mal gucken. Wenigstens den Checkpoint. Dankeschön. Ah, noch so viele Kisten. Das geht noch hinter dem Ziel weiter, ne? Meine ich mich dran zu erinnern. Weg, Schwein. Ja, vielleicht geht ja hier die Party ab. Du kennst ja verschiedene Lösungswege und so. Ja, aber manchmal, wenn das nicht so vorgesehen ist. War da oben was? Nee, ich glaube nicht. Manchmal, wenn man das ja so macht, wie es nicht vorgesehen ist, dann kann ja sein, dass das irgendwie irgendwas nicht aufplöppt. Oder irgendwas nicht getriggert wird, halt. So, zwei Kisten noch, oder was? Jo. Kommen die hier noch irgendwo? Da habe ich die... Ach, die kommen noch. Ich wusste nicht, was man da machen muss. Ob man da hinspringen muss oder ob man da einfach reinlaufen muss. Das ist doch scheiße. Ja, unsichtbarer Weg, aber da, okay. Also da, wo die Äpfel sind. Ich war mir jetzt nämlich unsicher, ob der durchgezogen ist oder nicht. Weil dann ist der wie der Rückweg bei dem einen Mal da. Zum Glück ist der Weg ja nicht so weit. Bis dahin wieder. Indem wir jetzt schon das dritte Mal machen oder so. Oder noch öfter. Direkt vor dir ist eine Planke. Das ist Dankeschön. Da habe ich nämlich auch einen Apfel durch den Schwimmerungen da von dem Ziel sehen können. Hä? 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 Nee, das hat man anscheinend nicht gehört, dass da was rumgeraschelt hat. Weil ich habe mein Mikro ja vor meiner Fresse direkt. Beziehungsweise ich war zu faul, das eigentlich umzustellen. Older Dash. Was war das denn? Ah, das ist das Verfolger-Level. Das Verfolger-Level mit dem pinken Edelstein. Oder ist Boulder Dash einfach nur wieder irgendwas, wo die Steine von links nach rechts räumen? Ja, das wird höchstwahrscheinlich das sein mit dem pinken Edelstein. Was ist das Essen fertig? Ist das... Was gibt's denn? Hast du dir Chicken Nuggets gemacht? Cortex-Power, da braucht man einen blauen Edelstein. Ich hasse Cortex-Power. Das ist blöd. Ich will das nicht sehen. So. Jetzt muss ich mir ja wieder merken, wo ich langgegangen bin. Ich will doch einfach nur geradeaus laufen. Oh, einfach mal rechts. Na gut, das Gute ist... Na gut, das Gute, hm. Wir haben ja eine Anzeige oben. Hier ist auf jeden Fall Ende. Ähm, wie viele Kisten wir haben. Können wir ja nochmal zurückgehen. Chili-Cheese-Nuggets. Ja, von den Chili-Cheese, da kannst du mich aber auch was haben. Oder hast du mir da was übergelassen? Hm. Ich glaub, den Checkpoint nehm ich mal mit. Obwohl, ne, ich weiß noch nicht. Ich glaub, ich geh erst mal zurück. Ah, siehste! Ja, ist okay, ist okay. Oh, mein Leben. Ist das jetzt wieder der Anfang? Ja, ich glaub, das ist jetzt wieder der Anfang. Hm. Gut, dann gehen wir jetzt wieder zurück. Oh, ich mag das Level nicht. Das ist so kompliziert. Warum gibt's hier mehrere Wege? Sind wir hier bei, bei Metroid oder was? Was? Dann machen wir jetzt, glaub ich, erstmal hier Edelstein-Route. Und hoffen, dass wir nicht sterben. Oh Gott. Da wär's doch schon keiner passiert. Das Gute ist, wir haben schon mal einen Akku. Das müssen eigentlich alle gewesen sein. Hoffentlich. Ach, meine Leute. Christoph ist da. Ach, meine Leute. Christoph ist da. Okay. Ich weiß, dass ich noch zurück muss, aber ich such grad noch einen Checkpoint. Ist das schon das Ende? Das ist aber scheiße. Das geht! Das geht! Ach, Mann. Das ist doch kacke. Ja, mein Headset ist nicht aufgenommen. Ist doch nur grün. Und grün haben mich nicht. Für grün habe ich kein Geld mehr. Ja, ist okay. Ich glaube, dann nehme ich doch mal den Checkpoint dann mit. Ja. 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 Oh, waren hier noch Kisten? Ich weiß das nicht mehr. Ich glaube nicht. Hier war nur so ein olles Leben, ne? Bäh! Ich habe mich ein bisschen geschrocken. Ja, wenn noch Chili-Cheeses da sind, dann würde ich noch Chili-Cheese-Nuggets nehmen. Ich habe dich nicht mehr. Okay. Vielen Dank.